Aber diese Dortmunder haben nicht das Zeug zum Titel. Michael, warum haben Sie das Zeug nicht? Es ist eine Mannschaft der zwei Gesichter. Wenn man das Spiel gegen Inter Mailand in der ersten Halbzeit sieht, dass einige Leute schon gehen wollten bei dem 2 zu 0. Wir sind dann auch da geblieben und dann fällt in der 55. das 2 zu 1. Und du merkst in dem Stadion auf einmal, wie die Mannschaft kommt, wie das 2 zu 2 fällt und die Mannschaft wirklich in der zweiten Halbzeit sensationell spielt. Normalerweise gegen eine italienische Mannschaft hast du nach dem 2 zu 0 keine Chance mehr. Zumal gegen Inter Mailand mit Godin und Conte auf der Bank. Und das war für mich so ein bisschen der Auslöser, auch mit frohem Mutes nach München zu gehen zum Spiel, nachdem in den letzten Jahren hier regelmäßig die Klatsche kam. Und dann siehst du da eine blutleere Vorstellung. Die ersten zehn Minuten waren noch okay aus meiner Sicht, aber dann hast du genau gemerkt, die Bayern haben ja auch nicht überragend gespielt, aber die wollten, die waren bissig, die waren gierig, die haben die Zweikämpfe gesucht. Und wir mit Borussia, es war ein Trauerspiel. Tut mir leid. Bei Dortmund habe ich außer Mats Hummels niemanden gesehen, der nur annähernd irgendetwas ausgestrahlt hat. Das war Schülerfußball gegen Erwachsenenfußball. Und das, was Michael Zorc ja eine Woche angesprochen hat, was gefordert wird, das war überhaupt nicht zu sehen. Und da muss man sich eben die Frage stellen, können die Spieler das nicht? Oder will der Trainer es nicht so vermitteln? Weil auch die Aussagen, die im Vorfeld schon waren und auch jetzt danach, wir müssen realistisch bleiben. Das passt nicht zu dem, was die Ansprüche von Borussia Dortmund sind. Die haben 130 Millionen dieses Jahr investiert. Aber wenn ich die Aufstellung sehe, ich sehe die Bayern spielen, und erzähle mir nicht, dass das eingespielt sein kann. Alaba und Martinez da hinten drin. Und dann sehe ich die Dortmunder Aufstellung und sehe wieder Brandt, der keine Sturmspitze ist. Ich sehe Götze, der ist ja gar nicht der Typ für. Deswegen, das ist nicht Mentalität, sondern einfach Eigenart. So, dann weiß ich, das wird ein vergleichsweise entspannter Abend, wenn alles normal läuft für Martinez und für Alaba. Und so war es ja dann auch. Und das ist eine Aufstellung. Und die Aufstellung macht der Trainer um niemand anderes. Nur dann kommt es zu so einem Spiel, wo Erwachsene sich treffen, um die Tabellenspitze und Meisterschaft auszuspielen. Also deswegen, ich bin ja bereit, die Bayern auch zu bejubeln von mir aus. Nur die Dortmunder haben vor der Saison gesagt, wir wollen Meister werden. Und jetzt sagen sie, wir sind kein Spitzenteam. Wenn du Meister werden willst, musst du schon ein bisschen Spitzenteam, glaube ich, sein. Und du musst in einem solchen Spiel wie ein solches auftreten. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es mit der Meisterschaft nichts. Aber ihr sagt ja, Lucien Favre will nicht Meister werden, wenn ich euch richtig verstehe, oder? Lucien Favre war mal in Nizza Tabellenführer zur Winterpause. Heiligabend hat er den Sportdirektor angerufen und seinen Rücktritt angeboten, als Tabellenführer. Das zeigt, wie Lucien Favre drauf ist, wie er hadert, wie er immer unzufrieden ist, nach Details sucht. Ich glaube, es ist ein ausgezeichneter Fachmann, der Spieler übrigens auch besser machen kann. Gar keine Frage. Aber Borussia Dortmund wird mit Lucien Favre kein deutscher Meister. Nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr. Punkt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.